Guten Morgen aus Mainz an diesem 18. Oktober. Neues Denkmal für Opfer der Nazizeit, Bauarbeiten um das Wiesbadener Kreuz und die geplante Fällung einer 120 Jahre alten Kastanie im Mainzer Stadtpark. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In Mainz soll bald ein neues Denkmal an vergessene Opfergruppen aus der Nazizeit erinnern. Am Internationalen Tag zur Bekämpfung der Armut wird Sozialmediziner Gerhard Trabert den Siegerentwurf des Denkmals vorstellen. Traberts Verein Armut und Gesundheit erinnert damit an etwa 70.000 Menschen, die von den Nationalsozialisten als Asoziale oder Berufsverbrecher verfolgt und ermordet wurden, darunter viele wohnungslose Menschen. Das Denkmal geschaffen vom Bildhauer Konrad Franz zeigt eine dreiköpfige Figurengruppe aus Bronze, die an die Opfer erinnert. Das Werk wurde 1995 erschaffen und stellt Szenen aus Konzentrationslagern dar. Die Gesamtkosten des Denkmals belaufen sich auf 40.000 Euro. Diese wird Armut und Gesundheit zunächst zahlen. Der Verein sammelt aber bereits Spenden. Trabert betont die aktuelle Relevanz des Denkmals. Rassismus und Sozialrassismus nehmen zu und gerade Wohnungslose werden immer wieder angegriffen. Die Stadt unterstützt das Projekt, doch die Umsetzung hängt noch von den Beschlüssen mehrerer Gremien ab. Trabert sieht das Mahnmal als Signal gegen das Vergessen und als Warnung für die Gegenwart. Rund um das Wiesbadener Kreuz könnte es in den nächsten Tagen für Autofahrer ungemütlich werden. Von heute Abend, 20 Uhr bis Montag, wird auf der A3 die Parallelspur in Fahrrichtung Würzburg erneuert. Deswegen kommt es zu vorübergehenden Sperrungen einiger Ausfahrten. Während der Bauarbeiten ist zum einen die Ausfahrt von der A3 aus Köln auf die A66 in Richtung Wiesbaden gesperrt. Es erfolgt eine Umleitung über die Anschlussstelle Raunheim der A3. Sie gilt auch für die Ziele Hofheim und Hattersheim. Ebenfalls gesperrt ist die Ausfahrt von der A3 aus Köln auf die A66 in Richtung Frankfurt. Hier führt die Umleitung über die A3 zum Autobahnkreuz Frankfurt. Zusätzlich wird auf der A3 jeweils nachts der rechte Fahrstreifen der Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt. Am Montag um 5.30 Uhr sollen laut Autobahn GmbH alle Fahrbahnen wieder frei sein. Wegen Sanierungsarbeiten der Bahn muss eine schätzungsweise 120 Jahre alte Kastanie am Eingang zum Mainzer Stadtpark gefällt werden. Der Baum hat einen Stammumfang von 330 Zentimeter und ist rund 23 Meter hoch. Die Deutsche Bahn plant die Brücke, die über die Salva-Torstraße führt, zu sanieren. Im Vorfeld müssen dafür Leitungen umgelegt werden. Für diese Baumaßnahmen war geplant, die dort stehende Altkastanie durch einen Wurzelvorhang zu schützen und sie so trotz vieler Bautätigkeiten in den nächsten Jahren zu erhalten. Messungen zufolge ist die Standfestigkeit des Baumes allerdings nicht gegeben. Daher sei die Stadtverwaltung aufgefordert worden, den Baum innerhalb einer Woche zu fällen. Nach Abschluss der Brückensanierungsarbeiten sollen die in Anspruch genommenen Bereiche nachgepflanzt und auch eine Ersatzpflanzung für die Kastanie vorgenommen werden. Im Fall der im Lampertheimer Wald gefundenen 36 Jahre alten toten Joggerin haben sich die Staatsanwaltschaft und Polizei erneut an die Öffentlichkeit gewandt. Spaziergänger hatten die leblose Frau am 16. September auf einem Waldweg unweit der Grillhütte entdeckt. Nun haben Staatsanwaltschaft und Polizei erklärt, dass man nach weiteren Personen, die sich im Tatzeitraum in Tatortnähe aufgehalten haben, sucht. Auch werden Zeugen gesucht, denen zur Tatzeit gegen 11.30 Uhr ein heller Kleinwagen aufgefallen ist. Einer der gesuchten Männer soll sich am Tattag zwischen 10.15 Uhr und 10.20 Uhr in der Nähe der Grillhütte aufgehalten haben. Er soll eine schwarze Kappe sowie ein schwarzes Oberteil und schwarze Schuhe getragen haben. Ein weiterer Mann wurde zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr im Bereich des Wasserwerks in Bürstadt beobachtet. Dieser soll etwa 1,80 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Die Männer werden gebeten, sich nun als mögliche Zeugen in Verbindung zu setzen. Weitere Beobachtungen zur Identität der bislang unbekannten Männer oder des Kleinwagens können für die Ermittler relevant sein. Bei einer Durchsuchungsaktion gegen mutmaßliche Schleuser sind in Hessen und Rheinland-Pfalz drei Tatverdächtige festgenommen worden. Sie sollen gewerbs- und bandenmäßig chinesische Frauen eingeschleust und als Prostituierte beschäftigt haben. Das bestätigen die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und die Bundespolizei. Dem Zugriff seien umfangreiche Ermittlungen vorangegangen. Eine Festnahme erfolgte demnach in Ludwigshafen, die zwei weiteren in Mainz-Kostheim und Ginzheim-Gustavsburg. Deutschland kämpft mit einem massiven Fachkräftemangel, der sich zunehmend auf das Alltagsleben auswirkt. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft fehlen bundesweit mehr als 530.000 qualifizierte Arbeitskräfte und etwa 40 Prozent der offenen Stellen bleiben unbesetzt. Besonders betroffen sind das Handwerk, der Maschinenbau und die Kinderbetreuung. In Berufen wie Bauelektrikern, Kfz-Technikern und der Pflegebranche herrschen akute Engpässe. Mit dem Renteneintritt der Babyboomer bis 2036 wird sich die Lage weiter verschärfen. Eine Lösung sieht das Institut unter anderem in erleichterter Zuwanderung und verbesserter Aus- und Weiterbildung. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de.